Humanitäre Hilfe – was ist das? Wenn die Erde bebt, Tsunamis ganze Landstriche wegreißen oder eine Hungerkatastrophe ausbricht, muss schnell humanitäre Hilfe geleistet werden. Dazu gehört weltweit Wasser- und Sanitärversorgung. Hilfsorganisationen sorgen dafür, dass es genug sauberes Trinkwasser gibt. Außerdem verhindern Hygieneschulungen, dass sich Krankheiten ausbreiten. Nahrungsmittelsicherheit – bei humanitären Katastrophen werden Lebensmittel geliefert und verteilt. Notunterkünfte und Baumaßnahmen – wenn Lebensraum zerstört wird, stellen Helfer Übergangsunterkünfte bereit. Gesundheit – Medikamente und medizinische Hilfsgüter werden direkt vor Ort verteilt. Zu humanitärer Hilfe zählen außerdem Minen- und Kampfmittelräumung, und Katastrophenvorsorge. Die Hilfe bekommen alle Betroffenen. Egal, woher sie kommen und was sie denken. International steuern die Vereinten Nationen die humanitäre Hilfe. In Deutschland gibt es Aktion Deutschland hilft. Das ist ein Bündnis von erfahrenen Hilfsorganisationen, die gemeinsam Nothilfe leisten. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.